Die Bauausstellung der Sparkasse Neckartal-Odenwald findet von Freitag bis Sonntag in Eberbach statt. In der Stadthalle und auf dem Leopoldsplatz, wo ein großes Zelt aufgebaut wurde, zeigen rund 40 Aussteller aus der Region ihr Leistungsspektrum rund um Bauen, Renovieren und Wohnen. Die Schau steht unter dem Motto, schöner Wohnen, Umwelt schonen. Im Trend sind besonders die Themen energetische Sanierung, umweltfreundliche Energien und gesundes Wohnklima. Geöffnet ist die Bauausstellung täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.